Einen wunderschönen guten Abend, wir sind das Duo Melange. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt von dieser wunderschönen Kulisse hier. Ich bin zum ersten Mal bei dem Weihnachtszauber und finde es sehr zauberhaft und habe sehr gerne hier gespielt. Ich bin schon mehrmals als Zuschauerin hier gewesen und heute zum ersten Mal auch als aktive Künstlerin mit auf der Bühne. Dazu bin ich jetzt noch seit einigen Jahren Triebergerin, das heißt genauer gesagt Kremlspacherin. Und für mich ist es natürlich etwas ganz, ganz Besonderes hier in meiner neuen Heimat aufzutreten mit meiner langjährigen Duo Partnerin. Und es war wunderschön für uns hier dabei zu sein und wir grüßen alle, die hier das ganz toll organisiert und gemacht haben und wünschen allen Zuschauern weiter viel Spaß hier. Und es war wunderschön für uns hier.